Und somit wünsche ich einen schönen guten Tag hier zu unserer dritten Ausgabe vom Trading Crashkurs. Vorher natürlich erstmal wie immer die Risikoinweise zu berücksichtigen, bitte die jetzt gerade eingeblendet sind und auch die Offenlegung. Und heute haben wir einen ganz schönen Titel und zwar unterschiedliche Märkte. Und das heutige Webinar soll so ein bisschen gehen auch um, ja was sind so die Unterschiede, welche Handelsinstrumente haben wir eigentlich, was sind so die Unterschiede. Aber ich will dann auch ein paar historische, denkwürdige Charts zeigen in unterschiedlichen Märkten, die mich so in den letzten 18 Jahren begleitet haben. Und wo ich sage, das sind einfach Charts, die will ich euch zeigen. Und ich erhoffe mir auch, dass wir da so ein bisschen auch aus dieser Vergangenheit sehr viel lernen können für die Gegenwart und natürlich auch für die Zukunft. Aber jetzt starten wir erstmal hier so ein bisschen und haben jetzt hier einfach mal einen Chart offen. Es ist jetzt irgendein x-beliebiger Candlestick-Chart und natürlich, wenn man so einen Candlestick-Chart sieht, dann kann das ja alles Mögliche sein. Das kann ein Forex-Bar sein, das kann eine Aktie sein, das kann ein Index sein. Und es ist ja so, dass tatsächlich alle Charts gleich aussehen. Es ist auch wirklich so, dass man natürlich, man kann schon Charts erkennen natürlich. Also dabei handelt es sich jetzt um Euro-USD beispielsweise. Vielleicht hat man es erkannt. Aber entscheidend ist, egal welcher Chart es ist, egal was dahinter steht, egal welcher Timeframe es ist, wenn man technische Analyse zum Beispiel betreibt oder einfach nur so die Price Action beobachtet, es ist vollkommen egal, welcher Chart es ist. Weil Charts immer gleich funktionieren. Das heißt, als Trader, wenn ich jetzt technische Analyse lerne, dann kann ich mit diesem Wissen eigentlich alles handeln, alles analysieren zumindest. Das heißt nicht, dass ich alles handeln kann, weil um es handeln zu können, muss ich natürlich auch ein bisschen verstehen, was ich da eigentlich handel und was die News vielleicht für eine Auswirkung darauf haben. Ich muss dann auch wissen natürlich, was steht in Korrelation zueinander. Aber bevor wir zu weit kommen, erstmal zu schauen, welche Märkte haben wir eigentlich. Es gibt natürlich jetzt viele. Wir werden jetzt hier nicht alle aufzählen, weil das würde das Webinar sprengen und das würde auch diesen Bildschirm sprengen. Was sind so die wichtigsten Sachen, die wir kennen? Einerseits natürlich Forex. Das ist so für viele das Erste, wo sie reinkommen. Warum ausgerechnet Forex? Ich habe immer gedacht, Aktien müssten eigentlich für viele so der Einstieg sein. Und ich glaube, das ist es auch. Aber wenn es nicht die Aktien sind, dann ist es meistens Forex. Einfach aus dem Grund, erstens, es ist Geld, es ist Währung. Das ist das, was man kennt aus der eigenen Hilftasche. Heutzutage vielleicht nicht mehr so oft wechselt man Geld, aber früher hat man das ja oft gemacht. Das heißt, Forex ist eigentlich was ziemlich allgegenwärtiges. Forex hat aber auch einen Vorteil. Das ist der größte Handelsplatz der Welt. Also das ist auch das größte Volumen. Und natürlich, da ist sehr viel Liquidität vorhanden. Und auch gerade neue Trader, die natürlich auch ein bisschen Bewegung wollen und die natürlich auch vielleicht hebeln wollen dementsprechend und auch Liquidität benötigen. Deswegen wegen den kürzeren Timeframes auch. Gerade da ist Forex natürlich ein ganz interessanter Punkt. Ist aber nicht alles. Wir haben dann natürlich auch Aktien. Wie schon gesagt, was oft für viele so das erste Gedanke ist, wenn es um Trading und Investing geht. Dann haben wir natürlich Indizes, was diese Aktienindexe sind. Also das heißt, nichts anderes als von irgendeinem größten Börsenplatz die wichtigsten Werte zusammengefasst mit irgendeinem Rechenschlüssel. Das kennen wir auch. Wir haben Rohstoffe natürlich, die wir handeln können. Da geht es los mit dem Gold und da geht es mit den Edelmedaillen und Silber und Balladium. Und wir können Öl handeln. Und wir können auch, wenn wir wollen, selbst Kaffee und Sojabohnen handeln. Aber ob man das jetzt mit, mit, wirklich mit Nahrungsmittel handeln will, das ist jedem natürlich freigestellt. Auch Frozen Concentrated Orange Juice, also gefrorener, konzentrierter Orangensaft, ist ein Future, der gehandelt wird. Ich gehe jetzt bewusst auch hier nicht auf. Ich weiß, es gibt noch CFDs und es gibt dann auch irgendwelche Terminkontrakte und dann gibt es alles Mögliche, was man haben kann. Es geht jetzt hier nicht um das. Ich kann Forex handeln, indem ich einfach beispielsweise zur Wechselstube gehe oder einen Forex CFD handel oder irgendeinen Forex Bar. Ich kann Aktien kaufen anhand einer Option. Ich kann Aktien kaufen als Aktie selbst an der Börse. Das Papier genau so. Ich kann Aktien CFDs handeln. Ebenso bei den Indizes Rohstoffe. Ich kann auch natürlich zur Dankstelle gehen und mir einfach einen Liter Benzin kaufen. Da habe ich auch einen Rohstoffhandel gemacht. Also es geht jetzt hier nicht um die Art und Weise. Das besprechen wir nicht, sondern eher, was es gibt. Rohstoffe haben wir. Staatsanleihen natürlich. Da gibt es auch natürlich viele Möglichkeiten, da Geld zu investieren und auch Trading zu betreiben, wo auch oft es Futures gibt. Die Staatsanleihenzinsen beispielsweise abbilden und da man da traden kann, wo es auch Hebelprodukte gibt. Wir haben natürlich Leitzins Futures. Das ist auch etwas, was oft viele nicht kennen. Würde ich jetzt auch nie handeln. Habe ich auch noch nie gehandelt. Aber selbst das gibt es, wo man spekulieren kann darauf, wie sich Leitzinsen ändern. Gerade solche Charts können zum Beispiel interessant werden. Man findet die bei TradingView und solchen Anbietern, wo wirklich quasi alles drin ist. Leitzins Futures sind nicht uninteressant. Wenn man beispielsweise sich einfach überlegt, wie wahrscheinlich ist eine Leitzinsbewegung von der Notenbank-Sitzung in drei Wochen. Dann ist es natürlich interessant, wenn ich mir dann die Leitzins Futures anschaue, weil dann weiß ich, das sind immerhin Leute. Auch wenn das nur Leute sind, die darauf wetten. Aber es sind Leute, die setzen Geld ein, um auf etwas zu wetten. Also das heißt, wenn die sich jetzt nicht sicher sein würden, würden sie nicht Geld darauf wetten. Das heißt, in dem Sinne natürlich, dass man auch so eine Art Frühindikator hat, wenn man sich solche Futures anschaut, nicht zum Handeln tatsächlich. Aber es gibt diese Charts. Das ist oft gar nicht mal so uninteressant. Ruhig mal danach googeln. Das ist ganz interessant. Und dann haben wir auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel Zertifikate. Und wir haben da noch Optionen. Und wir haben noch vieles, vieles weitere. Also wir sehen sofort, ich kann eigentlich sehr viel machen. Und ich kann, auch wenn ich jetzt ein CFD-Konto habe, natürlich viele dieser unterschiedlichen Kategorien mit CFDs darstellen und auch als Hebelprodukte darstellen. Und da haben wir dann schon den Punkt des Hebels. Und der Hebel, das ist ja eigentlich das, was viele dann erst zum Trading eigentlich bringt. Aber wenn ich jetzt natürlich keinen Hebel hätte, gerade als Anfänger und ich habe ein kleines Konto, was will ich ohne Hebel? Das werden jetzt viele sagen, natürlich, es wäre ideal, immer ohne Hebel handeln zu können. Ich denke, das sollte das Ziel sein. Und ich muss auch sagen, je erfolgreich man beim Trading wird, je größer das Konto wird, je mehr das auch der Hauptberuf wird, umso weniger Hebeln benutzt man. Und es gab ja vor einigen Jahren diese ESMA-Regelung. Das war am 1. August 2018 oder fast 19. Also schon einige Jahre her, wo die sogenannte ESMA-Hebelbeschränkung gekommen ist. Damals gab es einige Bewegungen aufgrund von wirklich schlimmen Notenbankentscheidungen, zu denen kommen wir dann gleich später noch im Webinar, von der Schweizerischen Nationalbank. Das hat dazu geführt, dass einige Broker auch pleite gegangen sind. Das hat auch dazu geführt, dass einige Trader pleite gegangen sind. Und dann hat sich der Gesetzgeber gedacht, machen wir doch eine Hebelbeschränkung. Weil damals war es ganz üblich, dass man 100er Hebel hatte. Also 100er Hebel war per Forex beispielsweise, das war früher noch vor sieben, acht Jahren, der Standard. Also das war schon der untere Standard. Weil meistens war es eher ein 400er Hebel. Aber so das unterste war wenigstens 100. Und wenn man nicht gefragt hat, einen entsprechenden Broker gehabt hat, der vielleicht auch nicht so scharf reguliert war wie so andere, dann hat es vielleicht auch mal 1.200er Hebel gegeben und solche Geschichten. Aber irgendwann kam dann die ESMA und hat gesagt, nein, also diese ESMA-Regelung, dann hieß es von der EU-Seite, für EU-Kunden, also Kunden in der EU, nur noch 30 zu 1 Maximum. Also das, bei Forex Majors. Und dann haben sie vielbeschwertend gesagt, ach, das ist jetzt, wie soll ich jetzt handeln? Haben dann tatsächlich viele gesagt, heutzutage nicht mehr so schlimm, wenn man jetzt als Trader neu dazukommt. Man macht ein Trading-Konto auf, sieht Forex 30 zu 1, schön, nett, weiß ich immerhin nicht, besser als 1. Und dann tradet man halt. Aber damals war es für viele eine Katastrophe. Also da gibt es professionelle Lizenzen, die man sich machen kann, dass man doch die Hebelbeschränkungen aufgehoben bekommt. Manche haben sich irgendwie in der rechtlichen Grauzone bewegt, haben sich irgendwelche Konten down-under geholt, was sie eigentlich gar nicht dürften, weil diese Broker in Australien beispielsweise gar nicht die Regulierungen einhalten können, die wir als Europäer verdienen oder auch einfach uns aufgezwungen sind. Und das war eigentlich eine Katastrophe damals, dass viele gesagt haben, ich habe immer gesagt, da kommt der Gesetzgeber und macht jetzt endlich mal eine Hebelbeschränkung, dass ihr Leute nicht ständig euer Geld verbrennt. Und das Erste, was ihr tut, ihr läuft vor dieser Hebelbeschränkung weg. Es ist aber was Gutes, weil jetzt verrate ich euch was, wenn man zum Beispiel jetzt einen Profitrailer fragt. Der Profitrader wird sagen, ja gut, ich handel meistens eh nur mit 20 zu 1. Und ich meine, Profitrader kann ich, wenn ich möchte, auch 1000 zu 1 haben. Aber meistens war es auch damals schon, bevor die ESMA kam, viele Profitrader haben entweder mit kleineren Hebeln gehandelt, indem sie halt auf großem Konto relativ kleine Positionen offen haben. Dann ist es ja geringer gehebelt, aber viele haben auch einfach den Broker angerufen und gesagt, Dankeschön für die Kontoeröffnung. Jetzt hätte ich gerne noch eine letzte Sache, bevor ich meinen ersten Trade absetze, könnt ihr mir bitte den Hebel auf 20 zu 1 runterregeln. Also es gibt wirklich auch viele, oder es gab damals auch viele Profitrader, die gar nicht sich um diese Profilizenzen angesucht haben, weil brauchen sie eh nicht. Ich habe 30 zu 1 und habe 20 zu 1. Natürlich, es gibt andere Kategorien, wie zum Beispiel jetzt die Forex Miners. Also das heißt jetzt nicht diese Euro-USD und British Fund-USD und so weiter, was die Majors, also die Haupthandelsbare sind. Sondern auch so solche exotischeren Währungspaare wie jetzt Euro-Türkisch-Lirer. Da habe ich nur 20 zu 1. Gut, das könnte ich jetzt natürlich, wenn ich jetzt da mehr wollte, als mit einer Profilizenz ein bisschen noch hochregeln. Aber grundsätzlich ist das auch, die haben sich schon was dabei gedacht. Es war tatsächlich eine Chance, nämlich zum ersten Mal, dass jetzt endlich mal Trader anfangen oder aufhören, ständig ihr Konto zu überhebeln und sich dann wundern, dass das Konto nach zwei Tagen pleite ist. Und wenigstens kann man jetzt mal, man kann natürlich nicht mehr ganz so gut Money-Management betreiben mit kleineren Hebeln, verständlich. Aber zumindest, wenn man nicht gut Money-Management betreiben kann, wenn man keinen Trade aufmachen kann aufgrund des geringen Hebels, dann ist es ja meistens auch vielleicht eher ein Zeichen dafür, dass man es nicht sollte. Und 30 zu 1 ist ja immer noch sehr viel. Das stellt euch mal vor. Wenn man macht ein Konto auf mit 1.000 Euro, dann kann ich mit einem Hebel von 30 zu 1 30.000 Euro bewegen. Das ist ja eine, also es ist ja nicht viel Geld jetzt vielleicht 30.000 Euro, aber für jemanden, der nur 1.000 auf dem Konto hat, da ist 30.000 natürlich eine Menge Asche. Und wenn ich jetzt ein 400 zu 1 Hebel habe, dann habe ich eine 1.000 Euro Einzahlung und könnte Bewegungen oder Trades im Wert von 400.000 Euro machen, muss die aber trotzdem mit meinen 1.000 Euro kabern. Wenn es auf 0 ist, ist es 0, dann werden die Trades geschlossen. Also das heißt, das hört sich ja schon nach Wahnsinn an. Also wenn 30.000 Euro nicht reicht, dann passt das. Und das habe ich vielen damals gesagt, geht nicht weg. Versucht jetzt nicht irgendwelche Grauzonen oder irgendwie euch irgendwelche gefälschten Atteste quasi zu holen, dass ihr die Profilizenz bekommt. Gebt doch mit dem zufrieden. Das ist jetzt endlich mal eine Chance, dass ihr für eine Profilizenzen habt. Das ist eigentlich das, was sicher ist. Und das ist gar nicht mal so schlecht ausgewählt worden. 20 zu 1. Wir haben eine weitere Folge dann bei Hauptindizes, also zum Beispiel so Sachen wie S&P 500 oder Nasdaq. Da haben wir ebenfalls 20 zu 1. Wir haben bei Gold sogar 20 zu 1, was ja auch eigentlich relativ viel ist, immer noch. Wir haben allerdings bei allgemeinen Rohstoffen wie Öl dann nur 10 zu 1. Wir haben bei Aktien 5 zu 1. Das ist auch vielleicht ganz ein wichtiger Punkt. Ich meine, ich kann immerhin Aktien aus CFD, oder Gehebelprodukten kaufen. Und ich kaufe mir eine Aktie und kriege 5. Das ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Ist ja eh ein Turbo. Warum soll ich jetzt, man hatte nicht 400 zu 1 bei Aktien in der Regel früher, aber zumindest hatte man vielleicht auch mal 50 zu 1 oder sowas. Das ist eh auch schon wieder zu viel. Und bei Kryptowährungen ist es tatsächlich sogar nur 2 zu 1. Da muss ich gestehen, da wäre vielleicht 5 zu 1 auch okay. Man hat sich natürlich gedacht, gut, Kryptowährungen sind halt sehr volatil und Kryptowährungen sind sehr schwer einzuschätzen. Da machen wir lieber ein bisschen weniger Hebeln. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich mache schon Krypto-Trades auch auf CFD-Konten. Aber bei 2 zu 1, es lohnt sich jetzt nicht. Wenn man jetzt wirklich investieren will langfristig, dann kann man auch genauso eine Wallet nehmen, wo man halt 1 zu 1 wieder umgehebelt hat und man investiert lieber dort. Es gibt schon was aus. 2 zu 1 ist immerhin eine Verdoppelung der Positionsgröße. Und das heißt in diesem Fall ja auch, bei 1 zu 1 würde die Kryptowährung auf 0 gehen, wäre ich pleite mit meiner Position. Bei 2 zu 1 müsste es halt auf die Hälfte gehen. Also wenn Bitcoin jetzt bei 60.000 steht und ich mache einen Trade auf auf 2 zu 1 gehebelt und ich würde da theoretisch keinen Stopp haben, ungehebelt müsste Bitcoin auf 0 gehen, dass ich mein Geld verloren habe. Und hier müsste es dann halt auf 30.000 gehen. Was möglich ist, aber natürlich auch weit, 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 weit weg ist. Heißt aber natürlich auch, dass ich für eine Verdoppelung beispielsweise zwar jetzt nicht die Verdoppelung des Bitcoin-Preises bräuchte, sondern nur eine 50% mehr, aber trotzdem, es sind nicht die großen Bewegungen. Die Frage ist einfach, lohnt sich das? Und ich habe oben auch hingeschrieben, Hebel und Kontogröße. Natürlich, da ist es auch wieder ein bisschen auf die Kontogröße. Und ich möchte nochmal den Verweis werfen auf unsere erste Ausgabe von dieser dritten Staffel. Und da haben wir ja auch ein bisschen von Kontogröße gesprochen, wo ich auch gesagt habe, ja, so wenigstens 1.000 Euro sollte man schon haben, damit es funktioniert. Jetzt versuchen wir das noch ein bisschen zu vertiefen, denn es ist nämlich tatsächlich so, dass es auch ein bisschen mit einem Hebel anfängt. Wenn ich jetzt 1.000 Euro auf dem Konto habe und wie viele Kryptowährungen skerpen, also das braucht ihr gar nicht zu probieren, das wird nicht gut funktionieren. Das bringt nichts. Und bei Aktien werde ich mir wahrscheinlich auch noch schwer tun. Also gerade, wenn ich kleinere Konten habe, 1.000 Euro, 800 Euro, also sowas, was so knapp, also hohe Dreistelligkeit, hört sich ja so richtig dekadent jetzt an, hohe Dreistelligkeit, dann werde ich eher mich mit Forex-Majors natürlich aufhalten müssen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Euro Konto habe, dann werde ich mit Forex-Majors mit dem 30.000, 2.000 Hebel hier schon wirklich sehr komfortabel traden können und habe gar keinen großen Unterschied mehr jetzt zu einem großen Profitrader, der vielleicht auf ein 100.000er Konto Aktien macht. Aber, ja, nicht ganz so, aber trotzdem, also das ist schon klar, je größer mein Konto oder je kleiner mein Konto ist, je weiter oben in der Liste soll ich mich abspielen, soll ich mich dann vom Trading her aufhalten. Das heißt, gerade wenn ihr jetzt diese Liste hier seht, ihr seht, das steht ganz oben, das steht ganz unten. Wenn ihr jetzt ein 10.000-Euro-Konto habt, werdet ihr euch vielleicht da unten auch leicht tun. Und wenn die Kryptowährungen entgegen, gehen auch die Aktien und die Rohstoffe mit einem ganz guten Money-Management. Aber je kleiner euer Konto ist, wenn ihr merkt einfach, Gold, das klappt nicht so recht bei euch mit dem Money-Management, dann ist das Konto wahrscheinlich ein bisschen zu klein. Und wenn es ein bisschen größer ist, dann geht vielleicht Gold, aber dann habt ihr vielleicht mit Öl noch Probleme. Also das ist so, ich würde sagen, da sind wir irgendwo so bei den 1.000 Euro notfalls auch knapp und dann gehen wir so auf 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, also 5.000 bis 10.000, das ist eher so der untere Rang. Und dann könnte man auch wirklich alles handeln. Wobei natürlich hier bei Kryptowährungen könnte ich jetzt natürlich auch in der Wallet investieren, 1 zu 1 ungehebelt. Und dann kann ich auch genauso sagen, ich zahle jetzt 50 Euro ein und investiere das. Bei solchen Investments ist es ja auch wieder ganz anders. Das Gleiche gilt übrigens auch für das Aktiendepot. Wenn ihr Aktien handeln wollt und er sagt, das kriege ich 5 zu 1, wäre auch die Überlegung, dass man auch da lieber das zum Beispiel benutzt, diese Art von Investments und die lieber ungehebelt wirklich auch auf dem Depot macht. Weil ich kann ja auch sagen, kleineres Tradingkonto, konzentriere mich eher hier und das, was ich sonst noch habe an Geld, das investiere ich lieber langfristig ungehebelt in solche Werte. Und wenn das Gewinn abwirft, kann ich ja davon die Gewinne dann nehmen. Ich kann ja dann meine Kryptowährungen, wenn sie mal einen Gewinn gemacht haben, verkaufen. Und kann das natürlich auch dann wieder in das Tradingkonto investieren und es so größer machen. Ist vielleicht besser, bevor man sich hier den Stress antut und auf seinem Tradingkonto da unnötig Margin blockiert, also Hebel, also im Prinzip Pulver verschießt mit solchen Trades, die eigentlich sehr viel wegnehmen. Weil wenn ich zwei Aktien aufmache, vielleicht dann kann ich keinen Forex-Trade mehr aufmachen, habe ich keine Aktien offen, habe ich da ein bisschen mehr Spielraum. So viel zu dem Thema. Gehen wir weiter jetzt zu den Korrelationen. Jetzt wird es interessant. Jetzt werde ich auch, das ist jetzt vielleicht so ein klassischer Punkt, wo wir jetzt angelangt sind, wo auch so manch einer jetzt vielleicht auch ein bisschen mitschreiben möchte. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr so typische Mitschreiber seid, dass ihr einfach mal euer Handy jetzt rausnehmt, auf die Seite legt, wenn es eh nicht irgendwo griffbereit ist. Wir haben dann so ein paar, wenn jetzt hier zwei Folien kommen, die ganz interessant sind, vielleicht auch einfach mal abzufotografieren. Und wir wollen jetzt einfach nochmal über diese Korrelationen sprechen, weil wir schon bei den Werten sind. Weil Forex ist was, das sind Währungen, dann haben wir Rohstoffe, dann haben wir Indizes, Aktien, alles Mögliche. Alles ist was anderes. Aber trotzdem hängt irgendwie alles auch wieder zusammen. Und wir haben oft so, dass ein gewisser Wert sich bewegt und dann bewegt sich ein gewisser Wert in die gleiche oder in genau die entgegengesetzte Richtung. Und das hilft immer auch ein bisschen bei der allgemeinen Analyse. Also wir hängen diese ganzen Märkte jetzt miteinander zusammen. Zum einen, Währung vorne, Währung hinten, also zum Beispiel USD vorne und hinten. Da haben wir natürlich verständlicherweise eine sogenannte negative Korrelation. Eine negative Korrelation heißt, es geht vom einen nach oben, beim anderen nach unten. Was heißt das hier? Währung vorne, Währung hinten. Beispielsweise, ich habe jetzt Euro USD. Da wäre jetzt in diesem Fall der USD hinten. Und dann habe ich Britisch Pfund USD. Dann habe ich keine negative Korrelation, so wie jetzt hier geschrieben. Dann habe ich eine positive Korrelation. Weil in beiden Fällen beim Währungspaar der USD hinten steht. Habe ich jetzt aber beispielsweise, wie jetzt in diesem Beispiel, Euro USD. Und ich habe dann US-Dollar Cut. Beim einen steht es vorne, beim einen steht es hinten. Dann habe ich natürlich eine negative Korrelation. Nicht zu vergessen, beim einen ist noch der Euro drin, beim anderen ist der Cut drin. Dann könnte man wieder auf Euro Cut schauen. Also Währungen hängen natürlich naturgemäß miteinander zusammen. Aber das ist gar nicht so die typische Korrelation. Es ist einfach so, wenn ich jetzt Euro USD habe, dann habe ich ja immer das Verhältnis zwischen dem Euro und den USD. Und wenn ich jetzt den Euro im Verhältnis mit dem kanadischen Dollar sehe natürlich zum Beispiel, dann habe ich hier verständlicherweise natürlich Einflüsse derselben Währung, in diesem Fall des Euros. Aber ich habe trotzdem den USD und den Cut hier auch noch irgendwo. Bei Forex glaube ich, ist es vielen ja eh klar. Wir haben aber so allgemeine auch Bewegungen, wie zum Beispiel die berühmte Korrelation Australisch-Dollar mit Gold. Das ist eine positive Korrelation, da Australien ein großer Gold-Exporteur ist. Da kommen wir jetzt genau zu dem Punkt. Geht zum Beispiel Gold drauf und ist Gold sehr stark, dann ist natürlich verständlich, dass der australische Dollar unter Umständen auch stark sein könnte. Ich sage bewusst unter Umständen stark sein könnte, weil es natürlich auch sein kann, dass da wieder ganz andere Sachen reinspielen, die den Aussi vielleicht im selben Moment wieder schwach machen. Das ist nicht das Einzige. Das Gold ist einer der Punkte, was den australischen Dollar beeinflusst, aber nicht der Einzige. Weil wenn das so wäre, dann würde ja jeder Chart gleich aussehen. Und natürlich auch Forex, wir haben ja dann wieder australisch Dollar USD und Euro out. Also wir haben dann schon wieder natürlich eine andere Währung, die auch in den Outbahnen mit inkludiert ist, die auch noch Eigendynamik haben kann. Aber ganz allgemein gesprochen, wenn jetzt beispielsweise das Gold teurer ist und die Australier exportieren Gold, dann bekommen die natürlich mehr Geld für das Gold. Und wenn jetzt irgendwer aus dem Ausland Export jetzt zum Beispiel in Australien für einen gewissen Geldbetrag Gold kaufen will, dann kann der das natürlich nicht mit seiner Landeswährung machen. Also der US-Amerikaner, der kann nicht jetzt USD, oder es gibt das Gold, der wird mit Dollar gehandelt. Aber sagen wir jetzt mal, der Koreaner oder der Chinese oder der Russe oder der Europäer, der Italiener, der kann jetzt nicht mit Euro sein Gold kaufen in Australien in der Regel, sondern er muss erstmal seine Euro in australischen, in australischen Dollar umwechseln. Also er muss Euro verkaufen, australischen Dollar kaufen, um überhaupt das Gold zu kriegen. Und das heißt, ich kaufe australischen Dollar um Gold zu kaufen. Das heißt, wenn es Gold stärker ist und es Gold teurer wird, muss ich natürlich auch umso mehr Euro oder meine Währung in australische Dollar investieren, bevor ich es kaufen kann. Und deswegen haben wir diese positive Korrelation. Muss nicht immer der Fall sein, aber das heißt natürlich, wenn ihr seht, ihr habt ein Long-Signal im australischen Dollar USD oder ein Short-Signal im Euro Outen, ihr seht gleichzeitig, dass das Gold gerade ganz gut aussieht, dann ist das nicht der einzige Grund, long zu gehen vielleicht im australischen Dollar, aber es ist einfach eine zusätzliche Bestätigung. Das gleiche haben wir mit dem Kanadisch-Dollar und dem Öl. Da haben wir ebenfalls diese positive Korrelation, da Kanada stark vom Ölmarkt abhängig ist und das will ich jetzt gar nicht weiter erklären. Es ist das gleiche, was ich jetzt vorhin gerade erklärt habe mit Out und Gold. Jedes Mal, wenn ich australisch-Dollar gesagt habe, dann könnt ihr einfach Cut einsetzen und wenn ich Gold gesagt habe, Öl ist ganz die gleiche Geschichte. Klar, wenn es Öl teurer wird, müssen auch mehr kanadische Dollar gekauft werden, um dieses kanadische Öl zu kaufen. Dann haben wir eine gewisse Korrelation zwischen den Yen-Baren und den Aktienindizes und zwar eine negative Korrelation. Gehen Aktienindizes nach unten, geht der Yen nach unten, geht der Yen nach oben, meine ich, andersrum. Aber Tatsache ist, dass es kein einziges Yen-Bar gibt, wo der Yen vorne steht. Das heißt, Yen steht immer hinten und bei einem Währungsbar, wo natürlich die Währung hinten steht, wie jetzt USD, Yen, Euro, Yen, ist klar, wenn der Yen stark wird, geht es nach unten. Die schwache Seite oder die starke Seite der hinteren Währung in einem Währungsbar ist unten. Das heißt, Yen-Bare in diesem Fall, wir haben damit zwar eine negative Korrelation zum Yen, aber eigentlich eine positive Korrelation zu sämtlichen Yen-Baren. Denn es ist tatsächlich so, dass klassisch gesehen der Yen als sicherer Hafen gilt und wenn jetzt beispielsweise die Aktien steigen, dann brauchen wir diesen sicheren Hafen nicht und dann, also weniger zumindest und dann fällt der Yen. Und wenn natürlich jetzt die Aktien fallen oder die Aktienmärkte, Aktienindizes fallen, dann gibt es ein bisschen Panik und dann suchen die Leute nach sicheren Häfen, verkaufen vielleicht auch ihre Aktien und müssen das Geld ja irgendwo hinschieben. Dann schieben sie es natürlich auch in Gold, wahrscheinlicherweise auch eine Korrelation, einfach irgendwo parken oder sie schieben es in den Yen zum Beispiel oder in den Schweizer Franken, was auch so ein klassischer sicherer Hafen ist. Und das führt einfach dazu, dass dann mehr Geld aus den Aktien zum Beispiel abfließt in den Yen. Und wenn der Yen dann stärker wird, dann gehen die Yen-Paare nach unten. Das heißt, Yen-Paare machen sehr häufig diese Bewegung mit. Natürlich ganz stark ist das beim Nikkei mit den Yen-Paaren, verständlicherweise, weil auch noch, dass der japanische Index ist. Auch hier wieder, es ist eines der Dinge, die den japanischen Yen beeinflussen. Und es ist jetzt nicht unbedingt so andersrum. Das ist oft der Fehler. Wenn nämlich der Yen sich bewegt, heißt das nicht automatisch, dass sich die Aktienindizes bewegen müssen. Wenn sich der Australisch-Dollar bewegt, heißt das nicht automatisch, dass das Goldbewegen mitmachen kann. Der Grund ist ja genau andersrum. Ich vergleiche das gern mit dem Dacho im Auto. Wenn ich aufs Gas trete und die Reifen bewegen sich, dann geht der Dacho im Auto plötzlich nach oben, zeigt mir ja Geschwindigkeit an, weil sich die Reifen erst bewegen, da wird diese Dacho-Welle angetrieben oder was auch immer in der Technik dahinter ist und dann zeigt mir, das Armaturenbrett an. Ich kann jetzt aber nicht das Glas vom Armaturenbrett einschlagen und diese Dach und Nadel einfach auf 100 kmh biegen und dann bewegen sich die Räder automatisch. Andersrum geht es halt nicht. So ähnlich ist es hier auch mit den Korrelationen. Dann haben wir den Volatility-Index in Wix. Das ist der, der sehr oft auch in einer gewissen negativen Korrelation steht mit vor allem den S&P 500, aber auch sehr vielen Indizes. Das ist einfach deshalb dieser Volatility-Index, der zeigt mir die Marktvolatilität an und sehr häufig, wenn es hohe Marktvolatilität gibt, hat das mit Sorgen zu tun und Sorgen natürlich sind in der Regel nicht gut. Das heißt, gerade wenn dieser Volatilität-Index steigt, sehr häufig gehen dann die Aktien eher nach unten, vor allem US-Werte. Es ist aber auch so, dass es auch mal sein kann, auch natürlich, dass dieser Volatilitäts-Index steigt, eher so aus Kiergründen und dann kann auch sein, dass auch der S&P steigt. Aber trotzdem, probiert das mal, wenn ihr mal große Bewegungen gerade beim S&P seht, gerade in den US-Werten seht, dann schaut doch ruhig mal irgendwo im Internet diesen Wix an. Da könnt ihr so manches oft mal lernen. So, jetzt haben wir diese Seite erst mal voll. Also wer jetzt ein Foto machen will, darf das gerne tun. Das ist einfach mal, weil das ist, das finde ich glaube, das ist auch was, was man sich mal auch auf den Rechner kleben kann. Und ich gehe jetzt weiter zum nächsten, weil wir haben da noch ein paar Korrelationen, auf die ich hinweisen will. Zum Beispiel jetzt mal ganz generell USD mit Rohstoffen. Also der US-Dollar mit Rohstoffen, ob es jetzt Gold, Öl oder sonst was ist, ist vollkommen egal. Wichtig ist natürlich, dass wir da eine negative Korrelation dazu haben, da Rohstoffe in USD gehandelt werden. Und das ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Jetzt waren wir vorher schon bei den Forex-Bahnen. Euro, USD. Australisch-Dollar, USD. Gold. Gold, was heißt das? Da steht im Chart Gold. Aber sehr oft sieht man ja, da steht XAUUSD. und im Prinzip ist Gold auch ja nur eine Währung. Und wir wissen ja, dass der Goldpreis, den wir da sehen, in der Regel in Dollar angegeben wird. Das heißt, im Prinzip ist der Goldpreis, den ich im Chart sehe, nichts anderes als Gold, USD. Gold, Schrägstrich, USD. Sehen wir mal Gold als Währung, sehen wir mal Öl als Währung. Ein Rohstoff ist ja im Prinzip wie eine Währung. Und dadurch, dass es immer in Dollar gehandelt wird, verständlich, gehen jetzt beispielsweise die Goldpreise nach oben, geht der Dollar natürlich nach unten. So wie der Euro nach oben geht und der Dollar nach unten geht beim Euro-USD. So wie der, wenn der Cut nach oben geht, zum Beispiel, also US-Dollar-Cut fällt, geht ja auch der Dollar nach unten. Und genauso haben wir das. Dann geht allerdings jetzt zum Beispiel der australische Dollar nach unten, australische oder USD nach unten, dann fällt der USD und es steigt der Dollar. Und genauso auch, wenn jetzt Öl zum Beispiel fallen würde, würde das dem Dollar wieder helfen. Aber da vielleicht auch aufpassen, einfach, dass man, das natürlich auch wieder, es ist nicht immer so, dass es, dass jeder Chart gleich aussieht und da vielleicht auch nochmal auch gesagt, es gibt ja oft mal die Leute, die einfach, wo ich oft mal sage, so sagen wir jetzt mal den, den Goldpreis und dann kriege ich irgendeinen Preis und denke mir, was, das ist ja nicht der Goldpreis, weil viele Leute einfach Gold in Euro anschauen oder Bitcoin in Euro anschauen. Ich würde definitiv das nicht tun. Es ist Tatsache so, dass egal, in welchen Chart man sich das anschaut, die Rohstoffe international werden in USD gehandelt. Punkt. Das ist einfach so. Natürlich, es gibt vielleicht irgendwie, irgendwelche regionalen Unterschiede und natürlich versucht auch der Chinese und der Russe und alle möglichen versuchen natürlich, diese Rohstoffwährung USD wegzukriegen, verständlicherweise, aber es ist trotzdem so, dass Rohstoffe in Dollar gehandelt wird. Also wenn ihr jetzt den Goldpreis in Euro angebt, das macht die Bild-Zeitung vielleicht und das macht der Typ am Stammtisch, aber der Trader, der wird immer ein USD sagen und das ist der entscheidende Punkt. Der Euro im Preis im Gold ist zwar schön, ist zwar interessant, ist zwar toll, auch wenn ich jetzt natürlich in der Eurozone wohne und mir Goldmünzen kaufe und wissen wie viel das wert ist, aber rein Trading-mäßig gesprochen, wäre es extrem unprofessionell, finde ich, wenn man irgendwelche Rohstoffe, Kryptowährung oder sonst was, was international in einer Währung verglichen wird, in Euro angeht. Wobei bei Kryptowährung kann man streiten, da gibt es nichts Offizielles, weil man könnte jetzt auch sagen, was ist ein Bitcoin-Initärer wert, warum muss man überhaupt über eine Fiat-Währung gehen, aber bei Rohstoffen zumindest, da ist auf jeden Fall USD die einzige Währung, weil selbst wenn man es in einer anderen Währung sieht, gehandelt, selbst wenn man es selber handelt, wird hinten irgendwo in irgendeiner Ecke am Ende wieder letzten Endes in USD und deswegen, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man berücksichtigen sollte. Aktien und Anleihen, also Anleihen und Aktien haben natürlich oft eine gewisse negative Korrelation, denn Anleihenrenditen steigen, wenn Anleihenrenditen steigen, sinken oft Aktienkurse, das ist auch verständlich, jetzt bei Anleihen werden natürlich teurer, wenn es mehr Risiko gibt, wenn es mehr Risiko gibt, ist das meistens für die Wirtschaftszone, wo diese Aktien herkommen, wo es diese Anleihen, das machen wir immer nicht so in Rätseln, also beispielsweise, wenn ich jetzt in Frankreich, die Anleihenzinsen steigen, weil es irgendwie ein Problem gibt mit Frankreich oder Griechenland, hatten wir ja damals auch in der Griechenlandkrise, riesige Zinsen bei den Anleihen, verständlich, das heißt, die Anleihenrenditen steigen ja nicht umsonst, die steigen, weil das Risiko höher ist und wenn das passiert, dann ist es natürlich was Schlechtes für diese Wirtschaft und dann fallen in der Regel auch die Aktien, einfach weil Sorge besteht, andersrum natürlich genauso, wenn es jetzt gute, also wenn es jetzt schlechte Zinsen gibt natürlich, also die Zinsen nach unten geht, ist das ja ein Zeichen für Komfort, je besser es läuft, umso niedriger sind die Zinsen von Anleihen und das ist natürlich auch in der Regel auch wieder was Gutes für die Aktienkurse, also das ist tatsächlich auch so, dass es durchaus auch helfen kann, wenn man zum Beispiel jetzt Bewegungen sieht, dass man sich einfach die von diesen ganzen Bonds, von diesen ganzen Anleihen, die Futures anschaut, die auch so ein bisschen schon zeigen, wohin geht es, gibt es irgendwie jetzt eine Nachrichtenmeldung, sieht man oft die Aktien in eine Richtung bewegen und man sieht, wann plötzlich die Anleihenzinsen sich in die andere Richtung bewegen, also darauf auch gerne immer ein bisschen geschaut. Dann haben wir die USD, den USD generell gegen Schwellenländerwährungen, also diese ganzen Währungen aus Schwellenländern, damit meine ich jetzt nicht, also das ist so quasi die zweite Welt, da gibt es sehr oft auch eine negative Korrelation, der steigende, ein steigender USD, also ein US-Dollar, die Schwellen, also die Wirtschaften der Schwellenländer, blödes Wort, was da reingeschrieben ist, Schwellenländerwirtschaften, das ist auch ein tolles Wort eigentlich, was passiert, wenn ich mich da, wenn ich vor dem Webinar hinsetze und das runterschreibe, also negative Korrelation, da steigender USD Schwellenländerwirtschaften belastet, weil die natürlich auch gewissermaßen abhängig sind vom USD, da sind oft diese Länder, die einerseits, wo gewisse Investitionen stattfinden, die natürlich auch zum Teil, gerade Schwellenländer sind ja deswegen keine dritte Weltländer, sondern doch zweite Weltwende auf den Schwellenländern, weil sie meistens sehr rohlstoffreich sind und da geht es wieder sehr viel um Rohstoffexport, der ja in USD gemacht wird und ist der USD schwach, wird es schwieriger, weil ich habe dann weniger Dollar, wenn ich weniger, also ich habe eine gewisse Menge Öl und eine gewisse Menge Diamanten in meiner Erde, aber das sind am Ende auch nur Dollar und wenn der Dollar schwächer ist, oder wenn die schwächer sind, kriege ich weniger, also das muss man alles bedenken und teilweise hat es auch mit der ganzen Kreditsituation zu tun, also es gibt da einige Gründe, aber Tatsache ist, wenn der Dollar stark ist, tun sich die Schwellenländer schwierig und wenn ich dann in solchen Forex Miners unterwegs bin und Währungen dieser Schwellenländer handle, dann ist es interessant, das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel auch bei so Währungen, Währungsbahn, Schwellenlandwährung, Schrägstrich USD natürlich oft riesige Korrelationen, riesige Bewegungen sehen, weil plötzlich wird der Dollar stark, geht dieses XYZ-USD-Paar nach unten, weil er Dollar stark ist, aber gleichzeitig belastet es der Währung, die vorne steht und dann habe ich natürlich auch diese enormen Bewegungen, das ist eigentlich der Grund, warum man gerade in solchen exotischen Währungen oft große Bewegungen sieht, aber aufpassen, das hilft einem meistens nichts, weil wir dann solche hohen Spreads oft haben, aufgrund der niedrigen Volatilität, auf große Leitzins-Differenzen haben, die zu großen Swap-Kursen führen, also auch wenn die Bewegungen oft in diesen exotischen Währungsbahnen schön sind, meistens ist es tatsächlich so, dass man im Endeffekt lieber davon sich entfernt, ich habe in den letzten 18 Jahren, glaube ich, maximal 20 Minor-Forex-Trades gemacht, die ich mir jetzt spontan erinnern könnte, also das ist bei mir auch selbst etwas, was ich kaum tue, allein schon wegen der Unsicherheit und wegen dieser niedrigen Liquidität können oftmals Überraschungen passieren oder irgendwelche Docter entstehen, würde ich sowieso nicht machen, aber trotzdem, wenn man es mal tut, das ist die Korrelation, auf die man achten sollte. Und dann haben wir noch was und zwar Gold und Anleihenrenditen, auch natürlich wichtig, negative Korrelation, wenn jetzt zum Beispiel Anleihenrenditen steigen, also sind wir wieder beim Risiko, sie steigen nach oben, weil das Risiko höher ist, dann wird trotzdem Gold weniger attraktiv. Warum? Eigentlich, wenn sie steigen und es wäre so, dass ja Risiko herrscht, dann wäre es vielleicht im ersten Moment ja auch so, dass man sagt, ja Gold könnte ja vielleicht sogar jetzt der sichere Hafen sein wegen dem Risiko, aber auf der anderen Seite, gerade wenn ich jetzt eine US-Anleihe habe beispielsweise oder eine Anleihe habe von irgendeinem renommierten europäischen Staat aus der EU, dann, selbst wenn die Zinsen jetzt ein bisschen höher sind, es ist ja jetzt nicht so, dass die USA morgen pleite gehen wird, wenn ich mir da jetzt irgendwie so eine Staatsanleihe auf ein paar Jahre kaufe oder Japan wird auch nicht übermorgen irgendwie bankrott sein oder Deutschland oder sonst was. Also es sind ja so Staatsanleihen in der Regel ja trotzdem auch, oder auch Anleihen für Unternehmen in der Regel ja trotzdem recht sichere Anlagen, gelten ja auch eigentlich aus den sichersten Anlagen, auch wenn es nie eine Garantie verständlicherweise gibt und Gold hat ja auch Risiko auf der anderen Seite verständlicherweise. Also jetzt muss ich mir halt sagen, wenn ich jetzt gute Renditen aus Anleihen kriege, ist es immer noch besser, ist jetzt irgendwie vielleicht ein Goldpreis, der steigt, wo ich vielleicht meine Barprozent rauskriege und wenn die Anleihenrenditen steigen und ich kriege ein paar Prozent mehr wegen höherem Risiko, aber trotzdem ist es relativ unwahrscheinlich, dass dieses Land, dem ich das Geld leihe, jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren pleite geht, ist es immer noch besser, das zu tun, als zum Beispiel Gold zu kaufen. Sind diese Zinsen aber gering, wohin schiebe ich mein Geld, zur Not immer ins Gold, dann geht es wieder andersrum. Also Korrelationen sind wirklich viel vollstreckt und Korrelationen ändern sich auch regelmäßig. Haben wir noch eins? Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich jetzt hier, ich muss nochmal schauen, dass wir nochmal ganz kurz unser Foto-Finish kriegen, genau, drück es nochmal runter für all diejenigen, die jetzt hier ein Bildchen davon machen wollen und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz am Schluss nämlich zu unserem entspannten und auch unterhaltsameren Teil und das wird jetzt nochmal ganz kurz sein, ein paar Charts, die ich zeigen möchte und zwar denkwürdige Trades und Marktbewegungen so aus meiner Trading-Karriere. Ich trade ja schon seit 18 Jahren und viele haben mich gefragt, kannst du vielleicht ein paar so Trades zeigen oder ein paar so Charts zeigen, die dich irgendwie geprägt haben? Und ich habe mir gedacht, gut, das wäre natürlich jetzt vielleicht im ersten Moment ein eigenes Webinar, aber ich finde, ein Webinar nur zu machen, wo ich ein bisschen erkläre, was ich so tue, das wäre vielleicht ein bisschen zu arrogant. also ich mache es am Schluss jetzt mal ein paar hier rein, die jetzt was einfach zum Thema passt und ich habe, ich will einfach zeigen mit der ganzen Sache nämlich folgendes und zwar, es gibt doch Bewegungen, gerade im langfristigen Bereich, die oft so herrlich nachvollziehbar und logisch sind und es waren so ein paar Momente auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die mich beim Trading interessiert haben, wo ich auch oft mal über mehrere Monate und Jahre hinweg, oft meistens, manchmal nur Monate, meine Hauptrendite rausgezogen habe und warum ich das erzähle, ist einfach folgendes, wenn jetzt ein neues Trading Jahr startet, wie jetzt das Aktuelle, wie das Nächste, wie das Letzte, wie das Übernächste, wie das Vorletzte, dann ist es ja immer so, dass am Ende des Jahres man eine Rendite hat, positiv oder negativ und jetzt gehen wir mal davon aus, sie ist positiv, dann werde ich am Ende des Jahres sagen, ja das war eigentlich das, was mich dieses Jahr finanziert hat. Das ist bei vielen realen Geschäftsfeldern auch so, vielleicht jetzt nicht ganz so, aber natürlich da jetzt wird jetzt auch sein, dass ich natürlich jetzt sagen kann, als Gastronom zum Beispiel mit meiner Skihütte, dass ich sagen kann, wir hatten einen schneereichen Winter und das hat mich jetzt auch finanziert, aber dafür ist halt im Sommer der Bootsverleih nicht so gut gelaufen oder sonst was, also es ist ja immer irgendwas, was einem durchfinanziert und beim Trading ist es auch so, dass wir natürlich in solchen Charts, wenn wir jetzt mal hier zum Beispiel die Monatscharts sehen, vom Euro-USD, der jetzt zurückreicht bis ins Jahr 2008, da sehen wir ja sofort, dass es hier Phasen gibt, wie zum Beispiel hier, wird nicht viel drin gewesen sein, aber es gab halt auch Phasen wie diese hier zum Beispiel und darauf will ich jetzt zurückkommen, das geht zurück ins Jahr 2014 und da hat es mal tatsächlich gegeben, da müssen wir vielleicht ein bisschen noch rausgehen, also Euro-USD zu dem Zeitpunkt, wenn wir jetzt mal zurückgehen bis in die 70er, wo es noch der IQ war, wir waren im Euro-USD sehr oft eigentlich unter der Bargeldät und als es dann so langsam kam mit dem Euro, 1999 ging es ja los und dann auch die Bargeld, dann war es eigentlich ein durchgehender Aufwärtstrend, vielleicht auch ein bisschen deswegen einfach, weil es hieß ja neue Währung, ist ja etwas Positives eigentlich und dann ging es nach oben und dann ist es auch am Ende zum Teil hochgegangen bis 1,60 und dann war es aber so, letzten Endes, dass wir dann den Jahren danach, also so nach 2008, doch sehr stark seitwärts gelaufen sind, das sieht jetzt hier nach nichts aus, aber man darf nicht vergessen, das war zwischen 2008 und 2014, also waren doch einige Jahre und da war halt irgendwie der Euro, wenn er unten war, war er irgendwo bei 1,22 oder 1,20, wenn er oben war, war er irgendwo bei 1,50 manchmal sogar, wobei das immer weniger geworden ist, aber zumindest zu einer Illusion dachte man, ja 1,40, 1,50, 1,60 ist definitiv möglich, weil da waren wir schon mal und es war trotzdem ein Seitwärtskurs und das gab schon natürlich in den kleineren Timefirm-Trends und so weiter, aber dann kam das Jahr hier, also jetzt habe ich mich hier verblättert ganz kurz, Moment, ich muss mal zurückgehen, dann kam hier das Jahr 2014 wo dann dieser Trend eingesetzt hat und dieser Trend damals, der Hintergrund war dieser, da ging der Euro-USD erstmal nach oben, dann war damals schon die Überlegung, dass die EZB die Leitzinsen senken sollte, es wurde immer wieder so in Zukunft gestellt, ja wir werden schon irgendwann machen, wir werden schon irgendwann machen, wir werden schon irgendwann machen und das war ja auch noch so der Nachhall auch von dieser Euro-Schuldenkrise, wo es wirklich auch hieß, wir müssen Leitzinsen jetzt mal wirklich senken und dann gab es die Pressekonferenz von Herrn Draghi damals, als EZB-Chef, der erstmal die Leitzinsen nicht gesenkt hat, aber auf die Frage der Presse, wann denn gesenkt wird, dann gesagt hat, ja beim nächsten Mal, wenn die Inflationszahlen stimmen und das war so diese Aussage aus der Pressekonferenz, die dann zuvor waren wir als Enttäuschung, nämlich an dem Tag, dass es wieder nicht gesenkt wurde, die sich erstmal auf 1,40 hoch, haben die 1,40 auch fast punktgenau erreicht oder ziemlich punktgenau erreicht und das war zu dem Zeitpunkt der höchste Kurs, weil dann hat Herr Draghi gesagt, beim nächsten Mal senken wir vielleicht und dann ist es an dem Tag, das sieht man jetzt als Monatschart, aber das ist meist, diese rote Kerze hier, das ist das meiste von diesem Moment gewesen und dann ging es halt plötzlich 100 Pips runter oder 200, ich weiß nicht mehr wie viel und am nächsten Tag war NFB, die hat Dollarstärke gebracht, das war dann Donnerstag, EZB-Sitzung, ich weiß nicht, Freitag drauf war damals NFB und das hat dazu geführt, dass dann auch nochmal der Dollar ein bisschen stärker geworden ist und der Euro ein bisschen schwächer geworden ist und das hat diesen Trend erstmal bewegt und zum Beispiel, wenn man jetzt mal zurückgeht gedanklich, dann war es so, dass dann viele gesagt haben, ja jetzt habe ich es versäumt, weil ich mir auch gedacht habe damals, mein Gott, hätte ich doch auf 1,40 ein Selle mitgesetzt, aber ich bin dann halt später long short gegangen im Euro-USD, weil ich mir halt dachte, ja jetzt hat es eine fundamentale Änderung gegeben, jetzt kann ich ja einsteigen und kann vielleicht über 140 stoppen und viele im kurzfristigeren Trading haben mir dann auf Nachrichten geschrieben, habe damals auch schon Webinare gemacht und gesagt, ja jetzt habe ich es versäumt, wo kann ich jetzt noch rein? Naja, ich meine, wenn ich jetzt nicht reingegangen wäre und ich wäre erst drei Monate später reingegangen, irgendwo hier, hätte ich immer noch alles mitgenommen und das ist genau der Punkt, das war so ein fundamentaler Turning Point, der natürlich im M1 Chart heftig aussieht, der im M15 Chart heftig aussieht, der auch im D1 Chart heftig aussieht und ich natürlich sofort immer danach das Gefühl habe, ich habe es versäumt, aber in dem Moment, das war für mich auch so die Momente, wo ich, es war schon ein paar Jahre zuvor, als die Schweizerische Nationalbank so rumgespielt hat mit dem, mit dem, mit dem, mit diesem Mindestkurs und so weiter, ich habe und auch die Yen, also die japanische Nationalbank, und zu der ich noch kommen werde, es war einfach für mich immer, damals schon ersichtlich, es gibt oft so Turning Points im Fundamentalen und wenn die sind und ich steige da ein und ich bleibe einfach drin, dann werde ich vielleicht mein Jahr durchfinanzieren können und in so einem Fall waren dann, dann gehe ich in langfristige Red Trades, da war gerade erst Mai und wenn man sehen kann, im Dezember waren wir erst hier, aber das waren plötzlich 1500 Bips, das ist nicht wenig, wenn man bedenkt, wie steif der Markt eigentlich die Jahre und die Monate davor war und natürlich kann man alles mögliche skerten, ich habe da auch kurzfristigere Trades gemacht und durch den Trend genutzt, wunderschönes Paradies auch zum skerten, wenn man solche Bewegungen hat für kurzfristigere Trades, aber ich habe auch einfach einen Trade offen gelassen, damals, also jetzt mal auch als CRV gesprochen, wenn ich jetzt hier schockgegangen wäre zum Beispiel, ich hätte hier drüber gestoppt, 400 Bips entfernt, hätte es gelassen im Mai und ich hätte es im Dezember geschlossen, dann wäre ich hier gewesen auf 1200 für 400, also ich hätte auch mal 3% geholt, und das ist nicht viel, aber wenn das 3, 4, 5 Mal so ein Trade im Jahr gelingt, dann blase ich mir meine Trading Performance schon wieder auf und das sind so die Moves und die gehen natürlich nach unten und die Gefahr ist natürlich immer, wenn es dann erstmal in einigen Monaten so läuft und man dann zum Teil auch wirklich da eine Spannweite hatte von 3.500 Bips, wo viel rauszuholen war, plötzlich danach geht es seitwärts und das ist dann die große Gefahr. Man gewöhnt sich ja daran, im Prinzip ein Jahr lang unweigerlich zu shorten, zwischenzeitlich auch mal solche Monate, wo man irgendwie reingeht und bumm, jetzt 700 Bips nach unten und plötzlich passiert nichts mehr, kein Trend mehr seitwärts und das war dann so die Gefahr. Da fängt dann die Gefahr an und das heißt auch mal, es muss immer irgendwann nochmal Schluss sein. Also es war damals auch so die Erfahrung, die ich auch noch als Trading-Tage in Büchern zurück nachvollziehen kann, einfach, dass es war, es ging eine Zeit lang quasi alles gut im Euro. Ich habe mich sehr auf Short spezialisiert, in mittleren und längeren Timeframes, manchmal auch in kürzeren, bei diesen ganz extremen Bewegungen und die Trefferquote war natürlich verständlicherweise so hoch, aber irgendwann hat diese Trefferquote nachgelassen und das war dann irgendwann dann so halt nicht in dem Monat, sondern eher so hier dann, wo man es langsam realisiert, so ein, zwei Monate später, jetzt ist es nicht mehr so schön. Da sieht man aber diese Seitwärtsphase noch nicht und wenn man dann gerade wieder diese neuen Diefs sieht, denkt man sich natürlich auch wieder, da könnte ja, muss man aufpassen. Aber damals war es auch fundamental, sehr leicht eigentlich dann festzustellen, weil hier dann zu diesem Zeitpunkt, als wir hier unten waren, damals war Janet Yellen die Notenbankchefin der USA, die jetzt Finanzministerin aktuell gerade im Jahr 2024 noch ist, ich sage noch, weil es ist ja Wahl, man weiß nicht, aber Tatsache ist, die war damals die Notenbankchefin und Janet Yellen, damals, wir haben alle darauf gewartet, dass Janet Yellen eine Leitzinsanhebung macht und das wäre toll gewesen, weil jetzt hat Draghi, jetzt senkt die Kurse, hat er zusätzlich dann auch noch Geld gedruckt und alles mögliche und dann soll plötzlich die Fed möglicherweise das Gegenteil machen oder mehr und das ist natürlich gerade dann für starken Dollar und dann hetzt das uns wirklich richtig nach unten gedrückt, Barität war ja damals noch nicht erreicht, aber Yellen hat nichts getan und weil Yellen nichts getan hat, ist es dann halt seitwärts gelaufen und irgendwann hat dann Draghi auch aufhören müssen mit seinem Gelddrucken und ein bisschen nachlassen, das hat dann diese Bewegung und hier geführt und dann war der Euro plötzlich über mehrere Jahre nicht mehr so spannend und da sieht man das halt, das kann mal eine Zeit lang wirklich das Stopp währungsbar sein und dann wird es wirklich so die Kontofalle eigentlich. Da tradet man Euro, USD jeden Tag, um das Konto wirklich nach vorne zu beitschen und hier tradet man Euro, USD jeden Tag, um das Konto in die falsche Richtung zu beitschen, also eher auszubeitschen. Also das sind genau diese Unterschiede, die oft fundamental sind. Aber gehen wir ein bisschen weiter, ich will nochmal was anderes zeigen und zwar auch solche Chancen, die ich mich erinnere, das ist im Gold beispielsweise. Aktuell glüht es ja förmlich und wir gehen wirklich auf neue Allzeithochs und Gold hat ja gefühlt immer irgendwie geglüht und gefunkelt, auch wenn es natürlich im Gold mal im kleineren Timeframe und im mittleren Timeframe oft mal auch große Gegenbewegungen gegeben hat, natürlich wo nicht so schön, weil man da oben long gegangen ist, aber wir sehen trotzdem, dass Gold natürlich etwas ist, was in der Regel ja, wie das bei Rohstoffen üblich ist, steigen muss. Verständlich. Aber nicht immer zu jeder Zeit. Jetzt haben wir halt wieder gerade so eine extreme Phase und die sieht ja aktuell sehr extrem aus, aber auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, das gab es hier auch schon mal und das hat zum Teil damals auch nur extreme aus, weil das ist ja vom Verhältnis her, ich muss das auch zeigen, wenn man da mal einfach hier, ich muss mal ranzoomen, ein bisschen zurückgeht, also als das alles noch nicht existiert hat, hier was nach 2012 kommt, da war das auch ein wahnsinniger Trend. Jetzt im Nachhinein sieht die Bewegung ja kleiner aus im Verhältnis, aber es war auch hier zum Beispiel ein für mich entscheidender Punkt, der das Gold-Trading wieder interessant gemacht hat und ich zeige auch, wir werden vielleicht in ein paar Jahren wieder genau an dem Punkt sein, zumindest sollte man es wissen. Gehen wir nochmal zurück zu dieser großen Bewegung. Im Jahr 2009, 10, 11, da ist das Gold auf Rekordjagd gewesen, so ähnlich wie jetzt und es ging immer höher, immer höher, immer höher und wir haben schon gewartet auf die 2000, die nicht kamen, die waren bei 1,921 sowas und ich kann mich damals noch erinnern, gerade in dieser Schlussphase, wo es nochmal so richtig nach oben ging, das hatte ich manchmal Gold-Trades, das war gut, aber manchmal hatte ich keine und das war sehr oft so, dann wacht man morgens auf, schaut sich den Goldpreis an und sieht, uch, der ist schon wieder um 30 Dollar höher, was damals zu Zeiten, wo man noch unter 1700, 1800 waren, natürlich viel war und dann denkt sich, ach schon wieder versäumt, hätte ich mitternacht schon reingehen sollen. Es war immer ein ständiges drin sein und sich freuen oder versäumt haben und sich nicht freuen. Es war nicht ganz so steil der Trend wie im Euro-USD, aber am Ende war es profitabel und dann kam das nicht und dann ist es seitwärts gelaufen und da bleiben ein paar so Moves in Erinnerung. Das ist einerseits gewesen, als wir dann hier lange Zeit seitwärts gelaufen sind und dann plötzlich dieser Move nach unten kam im April 2013. Ich kann mich erinnern, ich war damals gerade in Los Angeles und da ist ja das Schöne, wenn man US-Westküste ist, neun Stunden ist ja da Zeitverschiebung, da sind plötzlich Handelszeiten ganz anders und ich war damals zu diesem ungewöhnlichen Marktstart, ich glaube, ich war gerade im Supermarkt oder sowas, als der 23 Uhr Mitteleuropäischer Zeit war, da ist in den USA ja noch Nachmittag und dann sah ich halt, ja, Gold geht ein bisschen da drunter. Ja, ja, dann fuhr ich vom Supermarkt ins Hotel und dann so gefühlt eine halbe Stunde später, ich glaube, ich habe mir so aufs Klo gesessen und dann schaue ich da an, sehe ich plötzlich, was, der Goldpreis plötzlich 120 Dollar tiefer, Crash, also vieles von dieser Monatskerse wurde da innerhalb von ein paar Stunden gemacht und das war auch klar, jetzt ist dieses Ding hier gebrochen und dann hat man vielleicht natürlich sofort die Idee zu shorten, man konnte da ein bisschen was rausholen, aber es war dann schon wieder schwierig, weil Gold kann man mal shorten, wenn es von oben runter kommt und man so diesen ersten Hub macht, aber wenn es zu tief ist, zu weit gelaufen ist, kann es immer noch weiter fallen, aber dann lässt die Geschwindigkeit schon wieder nach, weil Gold immer wieder gekauft wird, es wird immer wieder gekauft, wenn es einen günstigen Preis hat. Das hilft zwar, dem der hier immer wieder kauft, jetzt erstmal nichts, wenn man das gehebelt macht, aber Investitionen, so Goldmünzen für Goldmünzen wird das schon wieder so von vielen gemacht und zum längerfristigen Shorten oft nicht ganz so interessant. Was aber dann ein paar Jahre später, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, interessant war, als wir dann hier runter sind, dann hat sich da so ein Tal gebildet im Gold und das war, ich versuche es nochmal einzuzeichnen hier, das war hier. Und wir erinnern uns noch, vielleicht manche, die schon länger hier meinen Webinaren folgen, das war Ende 2019, also so bevor die Pandemie kam, da haben wir immer wieder mal in den Webinaren gehabt, diese Bodenbildung, also das war das bisherige Allzeithoch und diese eigenartige Bodenbildung, dieses Hoch irgendwo, so bei knapp 1400, 1380 sowas, wo einfach nicht drüber wollte und dann im Juni 2019 ging es bereits drüber und das war so der Moment, wo ich mir gesagt habe, ja, das ist eigentlich jetzt so der Punkt, wo ich long gehen will, wo ich wieder Gold kaufen will und natürlich, dann denkt man ja wieder ans Allzeithoch und man denkt an die 2000 und man denkt vielleicht an die 3000. Man denkt an alles Mögliche, aber natürlich, das ist nicht etwas, was morgen kommt, das ist nicht etwas, was übermorgen kommt, es kommt, aber es wird irgendwann kommen. Sowas wäre die beste Idee gewesen, hier long zu gehen und einfach zu halten, auch wenn es jetzt fünf Jahre später erst hier oben ist, aber jetzt sieht man halt schon wieder, wie weit das gelaufen ist und das sind halt der Gold, gerade Investmententscheidungen, das waren so die Momente, wo ich dann gesagt habe, so, aber jetzt muss ich mir wieder Goldmünzen kaufen und das war auch der Punkt, wo ich dann auch langfristige Investitionskonten, dieses Setup, mir hier gezeichnet habe, mir hier das Alzethoch gezeichnet habe, mir hier die 2000, die habe ich, glaube ich, ignoriert sogar, aber 2222 gezeichnet hatte und ich hatte mir 25 gezeichnet, die jetzt erst vor einigen Tagen gebrochen worden sind und 257 und 3000 und dann auch gedacht, gut, das kann vielleicht 50 Kerzen, 100 Kerzen, 200 Kerzen brauchen, bis die Kursziele kommen, ist ja kein Problem, kein Problem, wenn es ein H1 ist, dann dauert es halt 50 Stunden, 100 Stunden, 200 Stunden, kriegen wir in den nächsten Tagen hin. Und in dem Fall waren es halt dann 50 oder 100 oder 150 Monate. Inzwischen sind diese Investitionsentscheidungen auch tatsächlich schon über 60 Kerzen lang, was bei einer Tageschart ein paar Tage wären, aber da muss man halt im gleichen Timeframe drin sein. Das sind Investitionen, die laufen immer noch und die auch umgehebelt waren, übrigens größtenteils, weil was soll ich da großartig hebeln bei solchen langfristigen Trades? Es ist sinnvoller, wenn man es nicht tut, auch wenn natürlich eine 2 zu 1 Hebelung jetzt kein Problem gewesen wäre in dem Moment, aber das sind so klassische physische Trades. Jetzt haben wir natürlich diese großen Hochs, viele fragen sich, wo kann ich jetzt noch einsteigen? Wartet ein paar Jahre. Also seht mal hier, das war das Hoch damals, irgendwann ist die Übertreibung ja eh zu Ende, dann kann ein Dahl kommen, was mal 54 Monate dauert. Und der Einstieg wäre hier sogar fast 100 Monate später gewesen. Also das kann jetzt sein, dass das noch ein bisschen nach oben geht, dann kann es sein, dass man dann vielleicht irgendwie 2029 mal wieder Einstiege findet oder 31. Das macht jetzt nichts. ich brauche natürlich Geld jetzt, aber ich brauche 2031 auch noch Geld. Also kein Stress, wir kriegen schon die Chancen. Und dass diese Chancen häufig kommen, also da hatten wir jetzt von so einer, ich will nicht sagen Jahrhundertchance, aber Jahrzehnteschance gesprochen, zum Beispiel im Jahr 2019. Wenn man es versäumt hätte, nur wenige Jahre später gab es hier zum Beispiel im Gold eine Möglichkeit, nicht wenige, wenige Monate später gab es hier im Öl eine Möglichkeit. und zwar, wir erinnern uns an diesen Einsturz, den keiner so wirklich verstanden hat und bis heute, selbst wenn man ihn erklären würde, würde man sehr einfach oder sehr hoch das Risiko haben, dass man sich verplappern würde und irgendwas falsch sagen würde, weil es ganz schwer eigentlich ist zu verstehen, aber was tatsächlich passiert ist, damals, wir wissen das, Öl war plötzlich auf Null und Öl war plötzlich in manchen Charts, Öl-Chart ist ja nicht gleich Öl-Chart, im Minus. Ein Fass Öl war plötzlich, ich habe Geld dafür bekommen, wenn ich Ölfässer abgenommen hätte. Also das ist so, wie ich gehe in den Supermarkt und sage, ich hätte gerne bitte drei Liter Milch und die sagen mir, ja, nimm fünf, kriegst zehn Euro. So in etwa, gefühlt war das mit den Ölfässern und das ist ja ohnehin, also wenn mir das einen Tag vorher, ein Jahr vorher, zehn Jahre vorher irgendjemand erzählt hätte, ich hätte das nicht geglaubt, niemand hätte das geglaubt, dass Öl jemals, jemals auf Null geht, jemals unter Null geht und selbst hier in jedem Chart, hier haben wir es halt auf acht Dollar, dass es auf acht Dollar ist, das hätte sich ja auch niemand genannt. Ich meine, ich habe jetzt hier nicht so viel Historie zurück, aber wir wissen, dass acht Dollar für ein Fass Öl, das ist Wahnsinn und das waren auch Trading-Entscheidungen, aber was passiert in so einem Fall, das ist vielleicht so der Punkt gewesen, Öl ist plötzlich eingestürzt, war plötzlich unten, pandemiebedingt auch und dann, natürlich, was liest man dann, ja, Öl ist unten und dann gibt es die Witze, wo die Leute dann sagen, ha, 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 bist du in Öl investiert? Ja, 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 sowas und dann auf der anderen Seite auch wieder so Nachrichten, wo es dann heißt, Finger weg vom Öl, Öl ist gefährlich und man weiß natürlich, viele Leute haben sich auch Öl ganz unten gekauft, haben sich gedacht, super, jetzt kaufe ich Öl zu drei Dollar und auf null geht es eh nicht, also mein ganzes Geld rein und dann geht es auf minus eins und dann verlieren sie alles. Es hat Leute gegeben, die damals teilweise Haus und Hof verkauft haben bei geringen Ölpreisen, um einfach Öl zu kaufen und wenn es dann auf minus ging, war halt aus, wenn es gehebelt ist und das war natürlich auch nicht nett, aber auf der anderen Seite, natürlich wurde ja davor gewarnt und man denkt sich, wenn man jetzt Öl hätte, dann wäre man so richtig, richtig, richtig unglücklich, aber ich habe mir damals gedacht, hey Moment, Öl, 8 Dollar, Öl 10 Dollar, Öl 13 Dollar und dann denkt man sich auch, Mensch schade, gestern war es noch auf 6, hätte ich gestern gekauft, nein, aber auch wenn es heute auf 12 oder 13 ist, 13 Dollar für ein Ölfass, ich meine, das ist jetzt momentan halt der Wert, aber langfristig gesehen, wenn ich jetzt für 13 Dollar, 11 Dollar, 10 Dollar, 8 Dollar mir ein Fass Öl kaufe, dann kann ich schon davon ausgehen, dass ich in relativ naher Zukunft dieses Öl günstiger verkaufen werde können. Das ist ein Schneppen, das nehme ich und wenn ich das Geld habe, dann kaufe ich mir so viel Ölfässer, wie ich kann unter Einhaltung natürlich des Money-Managements, wenn ich kein Geld habe, um ehrlich zu sein, dann hätte ich mein Auto verkauft und gesagt, ich kaufe mit dem Auto Öl und gehe zu Fuß oder vor Fahrrad oder Bus für ein paar Wochen, weil ein paar Wochen später, zack, kann ich mir ein besseres Auto zurückkaufen und habe immer noch Geld. Also das sind so Investitionen, die man halt einfach machen sollte dann und dann beispielsweise sieht man auch hier, welche Chancen da sind und das sind halt die Dinge, die am Ende den Profitrader finanzieren. Nicht, weil er halt zwölf Scabs am Tag macht und weil er jetzt jeden einzelnen M15-Move im Euro-USD oder sonst wo im Dickstart mitnehmen muss, was sich ja viele oft denken und oft auch so gerne vorgezeigt wird, weil es ja sehr sexy wirkt, wenn man dann mit dem Handy mal eben ein paar Trades macht mit der linken Hand, während man mit der rechten Hand den Porsche lenkt. Aber die großen Performances, die großen, das Geld selbst, was man am Ende wirklich dann hat, wo man sagen kann, jetzt habe ich eine Stabilität in meinem Leben, ich bin freiberuflicher Trader, bin hier ausgewandert und wohne hier und verdiene mein Geld von irgendwo und muss niemanden irgendwie Report ablegen, außer meinem eigenen Trading-Journal und manchmal auch Webinar zu hören, die natürlich auch gerne mal ein Webinar manchmal haben, aber im Endeffekt ist es so, dass da die großen Renditen rauskommen und auch jetzt mittelfristiger gedacht, wir haben auch jetzt wieder die letzten Jahre kaum Bewegungen unterhalb von dieser Marke gesehen. Ist jetzt nicht sowas wie die Null, aber ist doch sowas wie irgendwie eine Unterkante hier langfristig gesehen und natürlich da habe ich auch wieder dazu gelangt, weil es einfach ein Preis ist, wo ich sage, da kaufe ich lieber, als ich kaufe lieber nicht. Ja, und da gab es noch andere. Dollar-Yen will ich kurz zeigen, jetzt sind wir schon fast am Ende, also Dollar-Yen beispielsweise auch so eine ähnliche Geschichte, als ich zum Traden angefangen habe, so circa März 2005 herum, da waren Dollar-Yen irgendwo hier und dann war so eines der ersten Dinge, die mir aufgefallen sind damals, dass plötzlich der Yen immer stärker wurde, der Yen immer stärker wurde, der Yen immer stärker wurde, dann kam die Lehman-Krise natürlich. Krise, Yen muss stark werden natürlich. Also wie wir gesagt haben, wenn Krise ist, dann Yen als sicherer Hafen steigt, Dollar-Yen fällt, Euro-Schuldenkrise, alles mögliche und plötzlich war der Yen da unten, also der Dollar-Yen da unten und dann hat natürlich die Japaner, die haben sich schon hier dann so ein bisschen auch beklagt, weil sie sagten, jetzt sind wir da eine Exportnation und haben so eine starke Währung, das wollen wir nicht, wir hätten gerne eine Schwächere und dann hat damals schon der Notenbank-Chef viel herumprobiert und da ist nichts gelungen, ging immer wieder tiefer und plötzlich waren Wahlen in Japan und dann kam Shinto Abe, als hat die Wahl gewonnen, Shinto Abe ist ja vor einigen Monaten oder einem Jahr ist er leider da, leider getötet worden, da in so einer Attacke, vielleicht hat man das mitbekommen, und als Shinto Abe damals gewählt worden ist, das ist im weitesten Sinne diese Monatskerze, das erste kleine Funken und man wusste, wenn Shinto Abe kommt, dann wird der seinen Freund Koroda damals, war der Notenbank-Chef, als Notenbank-Chef machen und der ist radikal, der zieht das durch und das war so der erste Move und als dann so langsam Koroda kam und dann auch wirklich angefangen hat, Geld zu drucken und was zu tun, um den Yen zu schwächen, dann ist das gestartet. Also das war so der erste Move, erst die Wahl, als kommen die richtigen Spiele aufs Spielfeld und dann natürlich muss sich das erstmal alles angelobt werden und sie müssen erstmal sich da überlegen und dann kam so der erste Move und da weiß ich auch noch, da ging es auch an den Abend dann oder in der Nacht dann plötzlich, zack, nach oben, war eine riesen M1-Kerze, H4-Kerze, H1-Kerze und auch da hat man erst das Gefühl gehabt, jetzt habe ich es wieder versäumt, aber auch da wussten wir fundamentale Änderungen, jetzt kommt dieser Koroda-Effekt dazu, jetzt sind wir dann auch hier über diesen Bereich drüber, 1985 und dann, das war so der Beginn, dass man sich da auch investieren konnte und auch das Trading-Jahr, das restliche, also das war damals schon Ende des Jahres, im Oktober, 31. Oktober weiß ich noch, damals 2012, war diese Bewegung, als sie begonnen hat und dann ist es auch ausgebrochen, Mitte Dezember und im nächsten Jahr waren das auch so im weitesten Sinne die Gelder, die ich da verdienen konnte und ähnliche Moves hatten wir ja auch in den letzten Jahren gesehen bei den Yen-Bahn, dann plötzlich waren die 1,50, natürlich dann war es der Notenbank wieder zu hoch, dann wurde da wieder gegeninterveniert, dann sind wir drüber gefallen, jetzt gehen wir wieder runter, jetzt wird es wieder ein bisschen schwieriger, aber wir sehen, Yen-Bahn, da sind manchmal, sogar häufiger als im Euro-USD oft zu Moves drin, die man längerfristig nutzen kann und wenn die kommen, natürlich, ich mache das ja auch gerne in meine Trading-Webinare rein. Ja, das waren ein paar Beispiele, wir haben noch ein, andere hätten wir jetzt noch, Nasdaq beispielsweise, ein bisschen kürzer zu sein, nochmal kurz zum Schluss jetzt, beispielsweise letztes Jahr war das für mich auch klar, als KI kam, also KI kam, mir wurde sehr früh bewusst, ich bin, als die ganze Künstliche Intelligenz kam, ich weiß nicht, wie ihr, viele haben gesagt, Schnickschnack und so weiter, viele haben auch die Möglichkeiten gesehen, ich habe mir damals gedacht, na endlich, weil ich, seit ich Kind bin, hatte ich schon so die Idee, was Künstliche Intelligenz uns mal bringen sollte, ihr wisst ja, man hat ja Nightrider geschaut, dann hat man Star Trek geschaut, man hat immer wieder so ein bisschen schon Ideen bekommen, was Künstliche Intelligenz sein könnte und ich habe mir immer gedacht, ja, das wird dann irgendwann wahrscheinlich eh noch zu meinen Lebzeiten kommen und ich war dann erstaunt, letztes Jahr 2023, dass ich gemerkt habe, na Moment, jetzt kommt das doch schon ein bisschen früher, jetzt bin ich noch keine 40 und ich kriege schon die KI, ich muss nicht 89 sein, wunderschön und ich habe es recht früh verstanden, um was es geht, dass das die Technologie ändert, also die Erfindung von der Dampfmaschine ist eine Sache und die Erfindung der Schreibmaschine war eine Sache und die Erfindung des Computers war eine Sache und die Erfindung des Internets hat das auch nochmal und dann kamen ja so viele andere Sachen, die erfunden worden sind, die immer wieder so diese Turning Points sind und KI ist wieder sowas und das war für mich dann einfach auch der Punkt zu sagen, jetzt geht es aber los mit DEC, weil jetzt werden die ganzen großen DEC-Unternehmer werden jetzt natürlich da investieren, die werden die Produktivität erhöhen, ich selber kann KI für mich nutzen als Mensch und kann meine produktivität erhöhen, ich kann es also im kleinen Rahmen in meinem eigenen Privat- und Berufsleben nutzen, um das zu simulieren und wenn ich sehe, was ich mit Künstlerintelligenz schneller sein kann und besser sein kann, dann was kann dann erst Google und dann brauchen wir natürlich auch natürlich Hardware, weil das muss ja irgendwo laufen, also klar Chip-Hersteller, Nvidia, Intel, wobei die haben Probleme, gerade Nvidia, die werden profitieren und das sind alles Deckwerte, also Nasdaq rein und fertig und das war so die Idee und das war auch vor allem deshalb interessant damals, weil wir hatten ja, wenn wir nochmal zurückgehen im Monatsschatten ein bisschen, wir hatten ja im Nasdaq ja vor allem auch schon gesehen während Corona, es waren die Corona-Profiteure, weil gerade wegen Lockdowns und so weiter, das erste, was ich brauche, war das Internet, war ja dann quasi die Welt für viele, also dass natürlich erstmal der Schock da war und wir nach Corona oder während Corona dann relativ schnell auch die Allzeithochs im Nasdaq wieder geholt hatten und dann auch wirklich weit ausgebaut hatten, das war einfach, weil halt Amazon plötzlich zugestellt hat, weil Zoom plötzlich, worüber wir jetzt dieses Webinar gerade live machen, plötzlich groß auf sich rauskam und so weiter und gleichzeitig war ein Hype damals da noch für Tesla und so weiter, das hat alles das hochgetrieben und dann ist das natürlich gelaufen, wie wahnsinnig, bis zum Jahr 2021, zum Ende, also 11 wollte ich jetzt sagen, nicht 11, November und Dezember und das Jahr 2022 war ja ein sehr trauriges Börsenjahr, wo es eigentlich nur nach unten gelaufen ist, aber das musste sein, weil das war ein bisschen zu viel, ja, bei aller Liebe zu den Deckaktien, die waren Ende 2021 hoffnungslos überkauft und das ist auch schön so, weil dann wird natürlich, dann kommt ja das dumme Kapital, das kauft dann da oben, dann fährt das dumme Kapital Schlitten und wenn es dann da unten ist und das dumme Kapital Verluste zu vermelden hat und das dann verkaufen muss, dann kommt das Smart Money wieder und kauft es wieder und dann haben wir noch irgendeinen Impuls gebraucht und der Impuls war dann für mich halt KI, das war schon natürlich auch 2022 ein Thema, da war es noch nicht so richtig, dann kam es langsam und das wurde dann vor allem so interessant, Frühling, Frühsommer 2023, als wir da auch aus uns rausgekommen sind und das waren für mich auch die Punkte, jetzt Deckaktien kaufen und auch diese Korrektur, die wir 2022 hatten, dann auch wirklich zu nutzen. Ich hätte da unten auch kaufen können, aber da wusste ich ja noch nicht, dass es das Tief war. Also erst das Jahr durchkorrigieren lassen, Bodenbildung abwarten, dann auf einen fundamentalen Turning Point warten, also eine Notenbankentscheidung bei den Forex-Bahnen, irgendwas ganz Entscheidendes bei den Rohstoffen, was auch ein Krieg natürlich sein kann. Ich bin jetzt auf den Russland-Ukraine-Krieg noch nicht eingegangen. Vorhin, das war ja dann der Punkt, bei Öl nach dem Ganzen kam das auch noch, aber ich will mich jetzt nicht freuen über Bewegungen, die ich wegen Blutvergießen, wo ich zufälligerweise Geld verdient habe. Da muss man halt dann immer ein bisschen spenden, damit das auch dann wenigstens ethnisch Sinn macht. Aber ansonsten, hier war das halt so schön, Technologie ist, das ist international, das ist friedlich, da gibt es keine Probleme erst mal. Und dann hier reingehen und dann ist das auch gestiegen und ist auf Allzeitdruck gekommen. Das Jahr war ein bisschen, jetzt die letzten Monate waren ein bisschen langweilig, um ehrlich zu sein, was das betrifft. Aber für langfristige Trades interessiert mich das ja nicht, wenn es dann so runterkommt und so hoch geht und doch wieder runterkommt, weil das ist im H1-Chart fürchterlich und im H4-Chart und im D1-Chart. Aber bei einer langfristigen Investition ist es kein Thema. Und ich muss jetzt zum Schluss sagen, jetzt sind wir durch, ich habe jetzt immer noch so ein bisschen die Grippe und habe jetzt doch geschafft, die Stimme aufrecht zu halten. Das freut mich sehr. Aber die Schlussworte dazu jetzt, das ist einfach so, dass ich einfach sagen möchte, es ist interessant, einfach solche Turning Points zu erkennen, so ein bisschen auch die Nachrichten in die Charts mit einfließen zu lassen, zu versuchen, das nachträglich zu verstehen. Weil man kann da für die Zukunft doch einiges lernen und man kann auch natürlich das nutzen für sich. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich nur solche langfristigen Trades mache. Also irgendwann, wenn ich mal in Trading-Rente gehe, dann werde ich vielleicht nur noch solche Trades machen. Dann mache ich fünf Trades im Jahr, fertig, brauche ich nicht mehr. Ich will aber mehr machen, einfach auch, weil mir das Spaß macht. Und trotzdem kann ich, wenn ich solche Moves sehe, natürlich auch meine kurzfristigeren Trades in diesen Bahnen lenken, was natürlich viele Vorteile sind. Und auf der anderen Seite natürlich auch, würde ich auch sagen, dass vielleicht so ein Drittel meiner Trading-Performance, ein Drittel meines Geldes, was ich mit dem Trading verdiene, sicher aus solchen Trades kommt. Und das ist auch sehr bemerkenswert, dass diese langfristigen Trades, das sind vielleicht fünf im Jahr. Und ansonsten habe ich vielleicht, ich habe im Schnitt einen Trade pro Tag, also sagen wir mal so 200 bis 250 Trades im Jahr. Und fünf davon machen ein Drittel der Performance. Und die anderen 200, die machen die anderen zwei Drittel der Performance. Also stellt man sich natürlich auch die Frage, muss man das überhaupt? Aber das ist eine Frage, die jeder für sich beantworten will. Aber ich glaube, eine Frage ist klar, auf diese langfristigen Trades sollte man nicht verzichten, wenn sie so effizient sind. Und deswegen einfach hier die Lanze nochmal gebrochen fürs langfristigere Trading. Wir haben auch viele andere Webinare und Videos, wo wir über langfristigere Trades sprechen. Auch bei Trading am Sonntag immer wieder mal besprechen wir solche Sachen. Macht euch einfach mal Gedanken darüber. Das kann wirklich auch die Trading-Performance und natürlich auch das Erreichen der Ziele wirklich nach vorne bringen. Jetzt sind wir erstmal durch. Wir sprechen beim nächsten Mal über Chance-Risiko-Verhältnis weiter. Und das ist natürlich dann der nächste entscheidende Punkt, um seine Trading-Performance in die richtige Richtung zu bringen. Jetzt erstmal danke und einen schönen Abend.